Das Zwitschern der Vögel klingt wie Musik in ihren Ohren und sie muss lächeln. Sie spürt ihren Rücken auf der harten Parkbank und sie weiß, es ist Zeit aufzustehen. Seitdem Bea ihren Wecker verschenkt hat und nur noch auf ihre innere Uhr hört, fühlt sie sich frei. Und sie weiß, dass das, was sie tut, einen Sinn ergibt. Sie holt sich ihre Kraft aus Begegnungen. Begegnungen mit Menschen, die sie auf ihrer Reise trifft. Eine Reise für den Frieden. Als Friedenspilgerin und Liedermacherin. Also ich bin seit vier Jahren ohne Wohnsitz. Ich bin eigentlich Rostockerin, aber seit drei Jahren dann unterwegs in der Welt gewesen. Wollte eine tausend Tage Weltreise machen von 2016 an, 1. Oktober 2016 bis zum 27. Juni 2019. So hatte ich mir das vorgestellt. Aber die Reise ist einfach nicht zu Ende gegangen. Die ist eigentlich immer noch, also ich bin immer noch unterwegs und bin jetzt einfach nur mal kurz zwei Wochen hier, um über die Reise zu erzählen. Über die Winter reist sie nach Australien, Neuseeland, Indien, Jordanien oder Ägypten. Aber auch nach Süd- und Mittelamerika. Im Sommer zieht es Bea nach Südtirol, nach Österreich oder in die Schweiz. Doch was genau darf man unter Beers Konzept als Friedenspilgerin und Liedermacherin verstehen? Ich bin ja ohne Geld unterwegs und singe also auf den Straßen. Und wenn die Leute das schön finden, dann erzähle ich halt über meine Arbeit, was ich mache, dass ich diese Friedenslieder in die ganze Welt tragen möchte und diese positive Energie verbreiten. Und das kommt überall total gut an, weil die Menschen sich alle in der Welt nach Frieden sehen und eigentlich diese Kriege gar nicht wollen. Dass ich das von einem Land zum anderen tragen kann und ihnen allen sagen, wir sind alle gleich, wir wollen alle das Gleiche. Ja, das ist eine schöne Aufgabe. Das macht mir total Spaß. Diese positive Energie und Freude strahlt Bea aus. Auch wenn sie nicht bei jeder Begegnung auf Zustimmung stößt und schon Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, die ihren Weg nicht nachvollziehen können. Manchmal können das Leute nicht verstehen, die sagen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und die dann vielleicht in mir so einen Bettler sehen, der durch die Welt fährt oder sowas, weil ich ja auf der Straße singe und mit diesem Geld natürlich dann auch weitergehe. Aber das können sie denken, das ist ihr gutes Recht, aber das berührt mich in dem Sinne nicht, weil ich sage, ich tue so viel Gutes. Sie erzählt uns, welche Begegnungen sie am meisten begeistern. Einmal war ich in Israel und habe mit der Organisation Woman Wage Peace, bin ich mit 8000 Frauen zusammen durch die Wüste gelaufen. Palästinensische und israelische Frauen zum Teil Hand in Hand. Und da hast du Gänsehaut. Ja, wenn du das siehst, es geht. Ja, und ich habe dort auch auf diesem Marsch kurz gesungen und das waren also Gänsehaut-Momente für mich. Diese Momente will sie jetzt in Rostock teilen. Am Freitag, den 18. Oktober, hält sie einen Vortrag in der Stadtbibliothek. Dort möchte sie auch ihre Musik präsentieren und mit Menschen ins Gespräch kommen. Denn am Montag wird sie auch schon wieder verabschiedet. Vor dem Rostocker Rathaus. Ihre Reise geht weiter. In den Iran. Ich trampe also dort runter. Ich bin ja überall in der Welt getrampt. Und das sind 5000 Kilometer. Ich habe mit Absicht diesen Iran jetzt gewählt, um einfach zu zeigen, da leben Menschen, die sind fröhlich, die genießen, dass ich zu ihnen gekommen bin und sie kennenlernen möchte. Und das möchte ich auch im Iran und möchte zeigen, wie gastfreundlich die dort sind. Das weiß ich jetzt schon. Das haben mir viele schon erzählt und ich freue mich riesig darauf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.